Moin, ich bin Arnie, der Top-Liner für das Team Bremer Brüder, bin unter dem Namen Karmann bekannt und studiere E-Technik an der Uni Bremen. Erstens verstehen wir uns auch gut und was mir auch persönlich wichtig ist, ist, dass jeder sein Bestes gibt immer, sowohl in Scrims als auch in Official Matches of course und da haben wir in jeder Position eigentlich ziemliche Tryhard-Spieler, würde ich sagen. Ja, also wir haben ja in OEM gegen Kitts ordentlich kassiert mit 0-2 und da haben wir uns dann zusammengesetzt und so, yo Leute, geht's doch nicht weiter, wenn jemand gegen Kitts verliert. Also wir scrimmen immer noch nicht so viel, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, weil es gibt auch viele Spieler, die relativ wenig Zeit haben, aber ich bin schon zufrieden inzwischen, ja. Um ehrlich zu sein, wir sagen natürlich jeden Split immer, jedes Finale, jo wird ein Easy 3-0, aber wir wissen, bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder von uns weiß, es wird höchstens sehr schwierig, wenn wir überhaupt gewinnen und diesmal bin ich das erste Mal wirklich confident, dass wir eine extrem gute Chance haben, dass wir da gut abliefern können. Unsere Stärken sind auf jeden Fall, dass wir das cleanste Team sind, würde ich sagen. Also wir spielen sehr nach Puck, so sagt man das ja. Wenn wir einmal ahead sind, ist es ziemlich schwierig für das gegnerische Team irgendwas zu machen. Wir spielen relativ sicher die Games zu Ende, sind auch sonst auf jeder Position gut vertreten von der individuellen Stärke her. Also unsere größte Schwäche ist auf jeden Fall, wenn wir ahead sind, dass wir sehr aggressiv spielen auf einigen Positionen, Top und Jungle und andere Positionen spielen relativ passiv. Dementsprechend ist es teilweise ein Split-Call, wodurch es dann so aussieht, als würden wir inten, aber es funktioniert dann meistens trotzdem und deswegen macht mir um diese Schwäche eigentlich keine wirklich großen Sorgen. Also ich habe großen Respekt vor Gentleman Hero. Ich finde, er ist mechanisch deutlich der stärkste Top-Lainer in der League. Er kriegt natürlich auch häufig Hilfe von Striker, aber das ist man ja inzwischen gewohnt. Ich werde mein Bestmögliches tun gegen Gentleman Hero zu equalisen. Wenn er intet, dann werde ich ihn auf jeden Fall punishen, darauf kann er sich vorbereiten. Und sonst wird das hoffentlich ein easy Match up. Ja. 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 Ja.